Garding ist eine Stadt im Kreis Nordfriesland in Schleswig-Holstein. Geografie und Verkehr Die Stadt, die als Luftkurort von der Gemeinde Kirchspiel-Garding umschlossen wird, liegt auf einem Gistrücken im Zentrum der Halbinsel Eiderstedt. Garding ist der wirtschaftliche Mittelpunkt dieser Landschaft, die in Betriebnahme der Bahnstrecke Husumbad Sankt. Peter Odding bis Garding fand 1892 statt, die Verlängerung nach Sankt. Peter folgte erst am 24. Juni 1932. Durch Garding führt als eine weitere Verkehrsverbindung die Bundesstraße 202. Geschichte Garding existierte wahrscheinlich schon vor der Kirchgründung im Jahre 1109 mit ähnlichem Namen. Der Ort selbst wurde um 1187 in einer Urkunde des Erzbischofs von Lund erstmals namentlich genannt. 1231 erwähnt das Waldemare Erdbuch Giedningheret, die Garding hatte. 1300 wurde der Ort als Gerding her erwähnt. Außerdem tauchten die Schreibweisen Gerdingen und Garding auf. Diese unterschiedlichen Schreibweisen können auch mit der Entwicklung der Umgangssprache in Garding und auf Eiderstedt zusammenhängen. Seit 1575 gibt es einen Wochenmarkt, der bis heute jeden Dienstag abgehalten wird. Das Stadtrecht erhielt Garding minus Verliehen von Johann Adolf minus am 12. Oktober 1590 etwa zur selben Zeit wie Husum und Örning. Jahrhundertelang besaß Garding einen Hafen, der das Stadtbild prägte und das Wirtschaftsleben bestimmte. Als Hafenstadt hatte Garding nach Fertigstellung der Norder- und Süderbootfahrt um 1612 über die Häfen Kattingsiel und Örning fast bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts Handelsverbindungen nach England und anderen Ländern. Der Hafen selbst wurde 1912 zugeschüttet, Garding mit der Süderbootfahrt um 1895, Bahnhof Garding um 1900. Von 1867 bis 1959 war Garding Sitz eines Amtsgerichts. Zum 1. Januar 2006 gab die Stadt Garding ihre Amtsfreiheit auf und trat dem Amt Eiderstedt bei. Politik, Stadtvertretung Seit der Kommunalwahl 2008 hatte die CDU 8 Sitze, die SPD 5 und die Wählergemeinschaft wie A80 sowie der SSW je 2 Sitze in der 17-köpfigen Stadtvertretung. Bei den Kommunalwahlen am 26. Mai 2013 kam die CDU auf 44,9% der abgegebenen Stimmen und auf 8 Sitze. Die SPD erreichte mit 40,9% 7 Sitze. Zwei Sitze entfielen auf den SSW mit 14,3%. Die Wahlbeteiligung betrug 47,2%. Für die Wahlperiode 2013 zu 2018 wurde Ramjet Biermann erneut zum ehrenamtlichen Bürgermeister gewählt. Legte dieses Amt und auch sein Mandat jedoch zum 19. Januar 2015 nieder. Am 26. Februar 2015 wurde in der 425-jährigen Geschichte der Stadt Garding erstmals eine Frau Andrea Kummerscheidt zur Bürgermeisterin der Stadt Garding gewählt. Das Wappen wurde am 30. Dezember 1963 genehmigt. Blasonierung In blau unten begleitet von einem goldenen Abendmahlskelch das goldenen pierte silberne Gotteslamm. Mit dem rechten Vorderfuß die geschulterte sieges Fahne haltend. Garding, vor Ort der ehemaligen Landschaft Everschob inmitten der Halbinsel Eiderstedt wurde 1590 zur Stadt erhoben. Schon das erste Stadtsiegel von 1589 zeigt das Gotteslamm. Die Herkunft dieses Siegelbildes, das eigentlich kirchlicher Herkunft ist und auf ein Salvatore Patrocinium hinweist, ist unbekannt. Die überlieferten Patrone der Gardinger Kirche sind Bartholomäus und Christian. Anstelle des üblichen Kreuzes enthält die Fahne über dem Lamm die Buchstaben so genannt. Bis 1963 gebrauchte die Stadt das Siegelbild ohne Wappenschild. Die heraldische Überarbeitung versetzte den Kelch in den vom Boden befreiten Schildfuß. Das Wappen wurde von dem Brunsbütteler Herald Icaveli Horsa Lippert gestaltet. Die Flagge wurde am 6. September 1965 genehmigt. Die Flagge von Garding ist blau und zeigt im Lieg das weiße Lamm und den gelben Kelch des Wappens im fliegenden Ende vier goldene Balken. Stadtbild Die Altstadt ist um die Kirche herum gruppiert auf die die Straßen sternförmig zulaufen. Die St. Christians St. Bartholomäus Kirche steht in Gardings Ortsmitte auf einer elf Meter hohen Warft der höchsten Erhebung Eiderstädts. Der Kirchturm ist noch heute der höchste Punkt Eiderstädts und diente lange als Seezeichen. Die Kirche geht auf die 1117 errichtete einschiffige, kreuzförmige Backsteinkirche Sankt Christian zurück. Sie war ursprünglich den Heiligen Maria Magdalene, Christian und Bartholomäus geweiht. Die Kirche wurde im Zeitraum von 1483 bis 1488 zu einer zweischiffigen gotischen Hallenkirche umgebaut, wobei ein Schiff den männlichen und ein Schiff den weiblichen Gottesdienstbesuchern diente. Das Gehäuse der Orgel, der gotische Orgelprospekt von 1512 ist der älteste Nordeuropas oder Norddeutschlands. Das ehemals gotische hohe, spitze Dach der Kirche wurde bei einer Renovierung 1854 durch ein besser in die Landschaft passendes und vor allem weniger windsanfälliges, niedrigeres ersetzt. Nachdem Hermann Tast 1524 noch auf dem Marktplatz die erste Reformationspredigt Eiderstädts gehalten hatte, setzte sich die Reformation durch Christian III. von Dänemark bis 1527 in der Region durch. Sichtbar ist dies in der Kirche an der zerschlagenen Altarplatte mit der Aufschrift H.I.C. Sand Reliquierie Condité. 1563 baute die Gemeinde in der Kirche eine Kanzel. Sie ist heute die älteste Kanzel Eiderstädts und wurde mit ihrem sechseckigen Grundriss zum Vorbild fast aller anderen Kanzeln im Lande. Das älteste Ohrwerk Schleswig-Holsteins war früher mit einem Ohrschlagmännchen und einer St. Georgsfigur, die mit einem Drachen kämpft, verbunden. Der dreiflügelige Gemäldealtar, das Hauptwerk des Mannerismus in Schleswig-Holstein, schuf der Niederländisch-Tönninger Maler Maarten von Achten, der später Hofmaler am Schloss Gotthof wurde. St. Christian Kirche Turm der Kirche Blick zum Alter Blick nach Westen Alter von Maarten von Achten Gotisches Gewölbe Taufstein Deckel der Taufe Orgel mit gotischem Gehäuse Renaissance Kanzel Am Platz neben der Kirche befinden sich das Theodor-Momsen-Museum, das heute das Gemeindehaus der Evangelischen Kirchengemeinde ist, sowie das alte Rathaus. Dieses Gebäude ließ Johann Ingversen 1825 erbauen. Ingversen war der letzte Staller Eiderstädts, ein dänischer Beamter, der sowohl die administrativen Geschäfte, das Steuerwesen aber auch die Judikative in seiner Person vereinigte und im Namen des Herzogtums ausübte. Ingversen lebte in diesem Haus bis 1885. Sieben Jahre später kaufte es die Stadt Garding und richtete dort ihr Rathaus ein. Mittlerweile steht es auch in dieser Funktion leer, weil der Sitz des Bürgermeisters in das Amt Eiderstädt in die Welterstraße verlegt wurde. Das Rathaus wurde 2005 zu einem Kulturzentrum umgebaut, in dem U.A.R., der Heimatbund mit Archiven und der Künstlerbund Kunstklima mit Ausstellungsräumen untergebracht sind. In der Liste der Kulturdenkmale in Garding stehen die in der Denkmalliste des Landes Schleswig-Holstein eingetragenen Kulturdenkmale. Kultur Seit 1975 findet jährlich Ende Juli ein Spezialitätenmarkt der Eiderstädter Landfrauen rund um die Kirche statt. Neben Delikatessen aus Eiderstädtrunden kunsthandwerkliche Angebote den Markt ab. Die Musikantenbörse, eine Musikveranstaltung, findet an insgesamt acht Dienstagabenden im Juli und August statt. Innerhalb der Konzertreihe Musik in den Kirchen Eiderstädts finden während der Sommermonate in der St. Christian Kirche im Zentrum Gardings laufend Konzerte auswärtiger Musikerstadt. Im Altenstallerhaus stellt die Künstlergruppe Kunstklima permanent in wechselnden Ausstellungen arbeiten ihrer Mitglieder vor. Der TSV Garding von 1865 e.V. bietet mit den Spaten Fußball, Handball, Tischtennis, Turnen, Herzsport, Nordic Walking, Sporthabzeichen und Schwimmen eine breite Palette für Aktivitäten an. Die Fußballsparte bildet gemeinsam mit dem Tönninger SV die Spielgemeinschaft Eiderstädt. Als Sportstätten werden die drei Landenhalle, zwei Schulturnhallen, ein Sportplatz sowie zwei Übungsplätze genutzt. Persönlichkeiten, Söhne und Töchter der Stadt Theodor Momsen, Historiker und Nobelpreisträger, seit 1895 Ehrenbürger der Stadt Garding, Tyko Momsen, Schriftsteller und Gymnasialdirektor, Christian Adolf Wallichs, Reichstags- und Landtagsabgeordneter, Richard Petersen, Ingenieur, technischer Leiter beim Bau der Wuppertaler Schwebebahn, Jakob Peters, Agrarwissenschaftler, Tierzuchtdirektor und Rinderzichter, Johannes Jessen, Geistlicher und Übersetzer der Bibel ins Niederdeutsche, Rolf Büttner, Gewerkschafter, Peter Jürgenburg, Schriftsteller und Ex-RAF-Terrorist, Mit Garding verbunden Hans Alvin Ketels, Landwirt und Politiker, lebt in Garding. Knut Giesewetter, Sänger und Musiker, wuchs in Garding auf. Otto Beckmann, Maler, Zeichner und Grafiker, baute seit 1971 die Mühle Emanuel in Garding wieder auf. Ingo Kühl, Maler, Bildhauer und utopischer Architekt, hatte von 1980 bis 1994 ein Atelier in Garding.